Der Gruskin bietet für jede Tour den passenden Rucksack. Die Trekking-Rucksäcke bieten einen super Komfort und eine sehr gute Lastenverteilung. Bei den Hiking-Rucksäcken achten wir verstärkt auf Belüftung und guten Sitz. Die Active Trail Linie bietet viel Bewegungsfreiheit für aktive Sportarten. Dabei sind Tragesysteme, Material und Ausstattung individuell auf die Anwendung abgestimmt. Der Denali ist ein schlank geschnittener Trekking-Rucksack mit voller Ausstattung. Er ist mit dem X-Transition Tragesystem ausgestattet und bietet eine optimale Lastenverteilung. Der Denali Women wurde von Frauen für Frauen entwickelt. Die Schulter und die Hüftgurte sind an die Anatomie und an die Bewegung der Frau angepasst. Der Zweikammerrucksack hat einen Frontzugriff für schnellen Zugang zum Hauptfach. Der Zwischenboden ist abtrennbar. Wer eine Trekking-Tour durch Norwegen machen möchte und viel Gewicht dabei hat, das heißt Zelt, Schlafsack und viel Proviant, für den ist der Denali der perfekte Begleiter. Der Highland Trail ist für eine Mehrtagestour der optimale Rucksack. Sein Tragesystem ist das ACS Tide Hike, ein Vollkontakt-Belüftungssystem. Seine Eigenschaften sind körpernaher Sitz und hohe Bewegungsfreiheit. Das Besondere ist die ausfaltbare Flaschentasche. Beim Laufen kann man die Flasche bequem erreichen. Der Highland Trail hat viele Fächer, so lassen sich GPS-Gerät, Wanderkarte oder Proviant problemlos unterbringen. Dazu gehören die große Fronttasche, zwei Balkentaschen, die Deckeltasche und die zwei elastischen Seitentaschen. Crosswind ist das Leichtgewicht für eine kleine Tagestour. Sein Tragesystem ist das ACS Air Control System und ist der Klassiker in Sachen Trage- und Klimakomfort. Wie alle Wanderrucksäcke hat auch der Crosswind ein Raincover, das sich einfach über den Pack ziehen lässt. Der sportliche Allrounder ist unser Moab Jam. Sein flexibles und körpernahes Tragesystem ACS Tide ist das Richtige für sportlich aktive. Schultergurte und Hüftgurte zeichnen sich durch besondere Belüftung und Flexibilität aus. Wie alle unsere Fahrradrucksäcke ist der Moab Jam mit Helmhalterung, Fahrradlicht und Luftpumpenfixierung ausgestattet. Für eine Radtour ist auch eine Trinkblase praktisch. Die Trinkblase lässt sich im Rucksack verstauen und der Trinkschlauch am Schultergurt befestigen. Wer also zum Beispiel in Südtirol eine Radtour plant, findet in der Moab Jam Serie den passenden Rucksack. Zusammenfassend ist zu sagen, dass man sich zuerst klar machen muss, für welchen Zweck man den Rucksack benötigt. Hierzu sollte man wissen, wie viel Gewicht und Volumen man für die Tour einplant. Die Ausstattungsmerkmale richten sich nach der Anwendung und der Rucksack sollte natürlich passen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017